Nachhaltigkeit gehört zur DNA von Audi. Insofern passt das perfekt in ein Ausbildungsprojekt. Wir haben uns zum Start des E-Card-Projekts Gedanken gemacht, welche Nachhaltigkeitsaspekte wir hier umsetzen können. Wir haben uns dann vereinbart auf ein Second-Life-Konzept. Das heißt, wir nutzen Serienbauteile, gebrauchte Serienbauteile und bringen die in das E-Card ein. Nachhaltigkeit hat viele Aspekte. In der Volkswagen-Gruppe machen wir für jedes Fahrzeugprojekt einen Dekarbonisierungsindex, den wir berechnen. Das heißt also, das ist unser Werkzeug, um mit unserem Ziel, irgendwann CO2-neutral zu werden. Wir handeln nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip, Beispiel ist das Aluminium, das wir in einem Kreislauf halten. Das ermöglicht uns für Produktion, wenig Neu-Aluminium heranzuziehen. Darüber hinaus ist das E-Card ein richtiger Deep-Dive in die Elektromobilität, weil es hier um ganz grundlegende Themen geht, um Auslegung von Batterien, Controllerprogrammieren von Antrieben, ein Torque-Vectoring ist in dem Fahrzeug drin, also ganz grundlegende Themen der Elektromobilität und das passt natürlich extrem gut zum Ausbildungsprojekt, weil das das Handwerkszeug der Zukunft ist. Das ist eine echte Herausforderung, aber durch diese Herausforderung lernen natürlich die Auszubildenden. Wir sehen uns im nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020